Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück am Stück. So, kleine Info, und zwar folgendes. Da Morar am 4.10. an der Schulter operiert wird, wird das jetzt kurz die Kamera einstellen. Erstmal noch kurz ein bisschen tiefer, glaube ich, das wird sein, ja gut. Habe ich mir jetzt mal vorproduziert. Wir sind jetzt, ich werde das gleich noch einfügen, dann 74 geplante Beiträge auf Facebook-Seite, also auf Facebook-Seite selber eingestellt. Das heißt, weil ich werde dann wahrscheinlich längere Zeit nicht mehr spielen können. Warum ich das auch sage, wir werden derzeit natürlich auch nicht streamen. Schlussfolgernd, weil, wahrscheinlich darf ich uns so rumlaufen, also, so, 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 ich hole ja nicht, so, äh, nein, genau. Stona, fahre mal planmäßig bis zum 22. Material, also Oktober wohlbemerkt, weil, na gut, okay, wir haben gerade September. Aber, na, nach dem Zehnsten geht das noch nicht. Und Final Fantasy läuft bis zum 25. Mafia 3 wird sich verzögern. Und dann kommt noch Human Fall Flat, ab dem Ersten, glaube ich, bis zum 10. 12. so rum. Ich muss nachgucken. Ist alles schon gemacht, alles schon getan. Und, ja, nur, wenn wir das Bescheid wissen. Das heißt, wir werden scheinens nächsten zwei Wochen, das heißt, um genau zu sein, bis zum, also, rein theoretisch, theoretisch, äh, sage ich jetzt mal bis zum 20. rum nicht streamen können. Mal gucken, ich weiß nicht, was gemacht wird, was gemacht werden kann, gemacht werden sollte, also, ich weiß, was sie vorhaben, aber wie das dann funktionieren, aber ob es doch nicht funktionieren kann, weiß ich nicht. Okay, wenn ihr bescheid wisst, in diesem Sinne, da darf ich noch Chatfenster, ich egal, ich ist gut. Eigentlich ist es ganz ja so rum, hör mal aufspielprogramm so aus, ne? Kleiner, deswegen, genau. Wenn ihr bescheid wisst, in dem Sinne, auf Wiedersehen, bis dahin, tschüss.